Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elosketterei. Wir hatten von euch noch was zu erzählen gerade. Okay. Gut. Ja, wie kommt es, dass die Klinge der Grenzen... ...einen Teufel in den Höllenjagd? ...einen Teufel in den Höllenjagd. Ist kein Kinderspiel von der Schwertküste zu den Höllen zu reisen. Wie habt ihr es geschafft? Ein starker Freund mit einem starken Interesse in... ...Privacität. Ich habe gewonnen, dass ich nicht mehr sagen werde. Gut, reden wir über andere Dinge. All right. Was ist noch auf deiner Meinung? Sagt mir Will, wie kam es denn, dass ihr zur Klinge der Grenze geworden seid? Mein Vater once sagte, Was könnte man besseres tun, in seinem Leben zu retten? Immer stolz gewesen sein. Das ist schön, nicht ein Gesicht mit dem Namen zu verbinden. Mir ist euer Steinauge aufgefallen. Habt ihr das rechte Auge... das echte Auge im Kampf verloren? Ja, okay. Ich nehme an, auf euren Reisen seid ihr keinem fachkundigen Heiler begegnet. Ja, ich denke gut. Ja, klingt gut. Was haltet ihr davon, dass wir ein Vampir im Lager haben? Wir alle haben unsere Werte. Einer Weg oder der andere. Cool. Dann... Haben wir, glaube ich, mit allen geredet, soweit. Okay, werden wir mal den Tag... Mal gucken, ob wieder was passiert. Reicht gerade nicht, schade. Reicht gerade nicht, schade. Okay. Das gab's gerade noch in der Ungeschafft. Schön. Gut. Äh, hat irgendjemand was zu erzählen? Nö. Dann können wir direkt zurück. Andererseits... Andererseits... Ich glaube, wir nehmen dich mal gerade kurz mit. Und reden mit, mit, ähm... Zorro. So. Das ist der Plan. Äh, und zwar... Tatsächlich gerade von Schattenherz mal. So, stimmt. Du kriegst dann auch noch einige Stufenaufstiege? Ich glaub, da müssen wir aber nicht großartig viel auswählen, ne? Ah, ja doch. Manöhr. Ähm... Mhm. Mhm. So... Ich glaub, der ist ganz gut. Manöhr... Manöhr... Ich glaub, wegstoßen ist auch nicht schlecht. Na, ich glaube Liegen ist besser. Ich hole das halt bei Pathfinder doch, weil das halt eine komplette Aktion dann kostet. Okay. Dann einmal zurück. Wenn du es, ist es halt auch keine besondere Rüstung. Kaldani? Oder Potenziale Begleiter? Nee. Stimmt, es ist ja wieder ein bisschen Zeit vergangen. Gleichzeitig ist etwas gesprächiger. Warte mal, das sollte vielleicht dann auch unser Charisma Bolzen machen. Ähm, ja. Das hatten wir alle schon. Hm. Ah, wo bist du jetzt abgeblieben? Hier wären halt doch Kanons Habsiedigkeiten. Da bist du. Äh, wer ist Halsin? Der Druid in charge of this Grove. At least. Er war. Ich glaube, wenn er nicht mit Aridin zurückgekommen hat. Das könnte nicht so sein. Mhm. Okay, du hast jetzt nichts Neues zu erzählen. Alles klar. So. Ah, wir haben aber neue Quests gekriegt, wie es aussieht. Den Druiden Halsin retten. Mhm. Gut, gut, gut. Und da ging es auch ein bisschen weiter. Gut, dann aber jetzt erstmal hier weitermachen. Flacher Stein, können wir damit was machen? Mhm. Achso, du kannst einfach nur draufsetzen. Okay. Ja, der Ochse macht dich nervös. Die Gänse und... Wir können uns nicht mehr machen. Mal gucken. Ne. Keine Ahnung warum. Jo, du bist noch ein bisschen stärker. Äh, andererseits. Das scheint hier doch irgendeine Quest oder was zu sein, ne? Hast du gespeiert, als wir gewechselt haben? Ja, ich glaub schon, oder? Ne. Äh. 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 Gut, bis gleich. Gut, jetzt mal gespeichert, dann schauen wir doch mal was das wird. So. Dann, wie gesagt, plus drei Bonus. Muss doch jetzt mal machbar sein. Ist es tatsächlich. Ich. 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 Und dann, wie gesagt, wenn wir die aufkriegen... Ne, achso, die scheint da zu sein. Hardly a challenge. Ok. Es war jetzt nicht einfach, aber es sieht zumindest mal gut aus gegen Boni. Ah, wir müssen aber Schatten jetzt nicht dabei haben. Ähm, haben wir die, die Dings, also dieses Blass nicht mehr. Ist hier nur temporär, gerade um die Quest hier noch weiterzumachen. So. So. Done. Ich hätte ich halt schon ganz gerne auf. Easy. Da, es sieht besser aus. Okay. Silberbohren und, okay, Gold. Ui. Das nehm ich doch gerne mit. Sehr cool. Hm, wer ist denn eigentlich Doni oder was ist mit Doni? Ich drehe mich mal um. Okay. Vielleicht kriegt ja irgendjemand anders hin, den Rettungswurf. Ah, wir können noch mal. Gut, das hat sich gelohnt. Hast du da was zu erzählen? Ne. Okay, okay, gut. Dann gehen wir tatsächlich mal weiter. Warte mal, haben wir mit ihr schon geredet? Du bist ein Idiot. Die Pride des Gates. Lass uns die Fan. Also wenn hier irgendjemand nicht bleich um die Nase ist, dann wohl will. Okay. Hm, ja, komm dann, umsag mal. Aha! Du nimmst eine Suppe an das und du fühlst richtig wie der Rettung, sweetie. Sieht nach einem Heildrank aus. Als du die Potion runterst, eine komfortvolle Warnung durch dich verbreitet. Hm. Ich versuche, du bist noch so pekig. Wie geht's schon besser? Schwer zu erklären. Ja, Warnknochenharten attack. Oh, stopp! Auch wenn man auf einem guten Tag halb des Camps sieht, wie ein paar schreiebende Brats. Ich bin getestet, sie alle auf der Rückseite zu schrauben und sagen, sie küsse und aufzuhören. Nicht, dass sie ein bisschen zu mir und ich hörten. Warum nicht? Zeig mal eure Warn. Trank der Mächtigen? Ah! Okay, ich habe ihn zum Glück nicht verschwendet. Dann. Ja, du hast halt... D4 plus 4, mhm. Wieso ist der Grid-Sticker? Hm, Kampfstab? Warte mal, ich hatte noch... Ah ne, das sind Pfeile, ja. Hm, Gattungshofstärke. Mal gucken, was wir mit anfangen können. Andererseits. Ja, bei Gelegenheit mal. Aber okay, passt. Immer doch. Da du ja noch gerade keine Handschuhe hast, nimm die mal. So, dann. Jetzt. Äh. War es noch gerade noch hier? Ja. Ah, wir sind umgezogen. Wir gucken mal bedrohlich. Auf die Knie. Sie sagt es nicht noch einmal. Boa. Das war's. Show me. Up. You can keep your innards. By the dead gods. Are all gith so brutal? Brutal? Blood still flows through his own veins. I was positively gentle. Huh. Okay, dann, ja. Ja, lass uns mal kurz reden. The locals prove compliant. A useful trait. Hm, ihr habt ein Hähnchen für Verhöre. Das Talent könnte so nützlich werden. Tch. Eine Schelle, die so dünn braucht, braucht es wenig, um es zu schrauben. Die Tieflinge war klar. Wenn es hier ein Githyanki-Western gibt, muss das unser Objektiv sein. Die Tieflinge kann nicht erwarten. Hä, ihr habt Tiefling gesagt. Tiefling gesagt. Äh, was meint ihr mit Läutau? Die Tieflinge hält den Zathisk. Es wird uns aus dem Parasite. Bei Covenant, kann ich nicht mehr sagen. Okay. Ihr habt Tiefling gesagt. Nee, nee. Es heißt Ferun. Einer muss sich ja Sprechen beibringen. Gut, damit hätten wir das. Gucken wir da vielleicht nochmal kurz rein. Mal gucken. Guck, das ist doch gar nicht so schlecht. Hm, Schätze. Ja, das können wir dann verkaufen. Ähm. So, ja gut, da können wir erstmal nicht durch. Was hast du dir noch zu erzählen? Goblins, Druiden. Diese Tieflinge ist ein Tod. Mh. Hm. Ach, nicht so viel. Okay. Nachbarlustor bei den Gebirgspessen. Alles klar. So. Ja. Da hätten wir halt dann genau. Kaka und Netti. Hm. Halt Karl auch noch. Ja, ich glaube, das gehen wir vielleicht als nächstes mal an. Andererseits, wo wir schon mal hier sind, halten wir wohl auch mal die Sachen, die hier noch zu erledigen sind. Ja. 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 Was ist mit euch? Oh, ähm. Ich... Ich habe kein Geld oder nichts, was zu verkaufen. Mein Partner macht das. Was ist deine Aufgabe im Betrieb? Was? Ähm... Ich bin der Gott? Also, nicht alles stehlen. Ich gucke dich. Ich gucke dich. Wow. Hey. Ich kann nicht sagen, dass ich jemanden wie du schon gesehen habe. Komm. Geh diesen Ring. Es ist Glück. Ah, schickes Kunststück. Du hast noch nichts gesehen, Herr. Geh'n, hol' den Ring und warte'n, dass du deine Fortschritte verändert hast. Gerade so, cool. Ja, ich... Ja, also, wie ich den abziehe, ich glaub' nicht. Hm. Ah, kann ich deine anderen Waren noch sehen? Du hast es, einen Sekunden. Das ist, was ich habe. Leider keine guten Waren mehr. Wahrscheinlich hätte ich aber jetzt den Ring geklaut. Hm, Ameisenresistenz. Okay. Dann noch jede Menge Essen. Hm. Ja, du hast erstaunlich viel Geld. Gut. Hm. Aber das soll's auch erstmal für die Folge gewesen sein. Ja, das dachte ich mir. Okay. Dann haben wir die nächste Folge noch was zu erledigen. Und ja. Ging, glaub' ich, dir mal hinterher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut. Und, äh, ciao, ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.